Ja, ja, schau an meinen Kass. Mein Tipp ist, schau schnell und schau nicht nach unten. Oh, ich glaube, ich muss noch einen anderen Weg finden. Geh auf, ich gucke mal. Oh, nein, 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 ja, genau. Ja, watch your foot in, genau. Und ein paar Sekunden zu spät, natürlich, oh, je. Okay, dann haben wir das Ganze. So, da muss man aufpassen, weil diese ganzen Plattformen halten nicht lange. Die werden dann alle kaputt und dann scheint auch genau, hier unten. Und da muss man auch aufpassen, okay. Da, schnell hin, und auf, genau. Okay. Ich kann nicht den Boden sehen, wenn es noch einen ist. So ist es nicht so ein Problem. So schnell geht es. Was ist das? Komm nicht da rein? So rumschieben? Ja, ok. Schmeiß dich weg. Gut, ist aber auch gewuscht, oder? Na, muss man irgendwann. Du musst auch wegschieben. Ok, dann schon mal darunter sind die. Erst nicht, dass sie es sind. Das Korridor ist voll von Poison. Wenn du schnell stehst, wird es dich nicht töten. Ich hoffe, dass es frische Luft auf der anderen Seite gibt. Wo normal Luft ist, ne? Das ist gut zu wissen. Gut zu droppen und trennen zu weit. Was? Na, haben wir schon geschafft zu einfach. Hier ist es nicht so schlecht mit dem Giftgas. Was ist jetzt da? Sie benutzen diese Kräte, um Weapons zu holen. Ah. Niemand wird bemerken, wenn du alleine fahren. Genau. Kann niemand merken. Ok. Hm, na gut, dann noch einmal bis ich da rein gehen kann. Das ist ja ein Schass. Na gut, na gut, na gut, na gut. Passt. So. Oh je, das sind Schwachen. Da kommst du jetzt. Das ist toll. Die haben natürlich Gasmasken, weil die können das überleben. Ist eh klar. Ist eh klar. Ja, nicht mehr. Ich hab' so... Ah, vielleicht... Na. Wird toll, wenn ich den Außenkasten muss. Na, bleiben wir jetzt mal lieber oben. Nein, ups, hier. Kann sich dumm bleiben doch. Huah. Ich fliege es mich nie. Niemals. Ah, vielleicht, ich weiß nicht, ob es mir sogar geht mit dem Larry. Vielleicht mache ich das so, äh, probier sei jetzt mal. Na, machen nicht so, wenn ich das jetzt schon sagt, wie es wahrscheinlich funktioniert, dass sich das einfach so macht, dass wir vielleicht nicht mal jemanden umbringen müssen. Theoretisch. Vielleicht. Da habe ich jetzt dafür natürlich leider den falschen Anzug. Ich bin ja nicht dem, wo ich die Leute einfach so töten kann, ohne großartige Probleme. Und nicht der... Oh je, ist das noch. Nicht der, wo ich mehrere Destruction-Items hätte. Gott soll ich sagen. Ist das nah? Bist du nah? Oh Gott. Ah, na, nicht rennen. Ah, Alarm raced. Ja, natürlich. Andetected. Jetzt auch noch nicht mehr bekommen. Oh Gott, das war schlecht. Na ja, gut. Das ist jetzt kein... Keine Möglichkeit mehr. Jetzt muss weiter runter. Ja, das bin ich einfach mal. Ich glaube, das ist das gescheiteste. Aber ich brauche, ich brauche mal die Schuze, ich brauche mal die Schuze. Das ist ja alles eine Chance. Das ist auch ein Freund von uns. Hallo Freund. Ja, wie ist das denn? Das ist die Entzündung. Ha! Schau! Jetzt wirst du schon hergegen, das gefällt dir. Na gut. Kannst du mich da auch machen? Das ist zack und drauf gemacht, oder wie? Okay. Schaut irgendwie ganz nett aus, was ist da? Hohoho! Okidoki, da ist jemand. Da auch. Nein, ach Gott, runter, runter. Ach ja. Na, hat mich nicht erwischt. Und du, was machen wir mit dich? Ja genau, bringen wir mal, warum sie jetzt selber? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, so ich gerne sag, so. Da muss ich dorthin gehen, genau. Da muss ich jetzt auf der anderen Seite natürlich wieder. Ah, da kann ich einfach da herkommen, weil ich glaube, das ist schwer zu überleben. Ah, so ist ich schon noch aufrennen, oder? Na? Ha ha ha, warum? Fertig schneller. Schnell. Oder brauche ich das? Ja, natürlich war ich zu langsam. Und das habe ich wieder alles fertig gemacht. Und undetected eventuell noch. Nein, okay. Ja, schieß mich schon. Ich möchte nicht dann noch einmal zum dritten Mal einen Alarm ausgelöst haben, dass ich irgendwas mit dem Kompromissung einmal noch passt. Das gibt es hier nicht. Einmal in die Schnellung. Zack. Da machen wir keinen langen Kadok. Da machen wir keinen langen Kadok. Da machen wir aus. Da wird raus. So, jetzt geht's auf die andere Seite. Schnell da her. Da rein. Da rauf. Genau so geht es. So langsam. Und zack. Und bin wieder da. Perfekt. Perfekt. Ich bin schon da. Perfekt. Ha, super. Hm. 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 Okay. Das machen wir so irgendwie in einer Art. Ist das jetzt so abrunden, dass es ja nichts wird? Geht's nicht weiter. Ich hab natürlich nichts damit, wenn ich da einfach so durchgehen könnte. sagt es nicht. Keine Frage,icsitzt rausgezeichnet. Na, der Ferne wieder devices School. Können wir das denn da davon machen? Ich gehe halt trotzdem, ich gehe einfach darauf, weil wir darum nicht. So. Genau. Ok, und ich muss da oben hin, dass es weiter geht. Wie machen wir das dann am geschicktesten? denn das ist ja fast nicht weiter oder wie ne guter nun das anders das muss ganz drüben stehen bleiben bis sie haben das gut so da bleibst du das ist ein Problem kurz komisch zu zugeschickt ist immer ich will schicken ich gehe einfach mit genau das ist so es war ihr es ist aus das wird auch ein schöner wartet dann schnell rüber und perfekt na ja genau so geht das so einfach ist das jetzt geht es weiter gleich haben wir es geschafft das ist ein Checkpoint gleich haben wir es geschafft du rüber sie besitzt du es Hey, ich habe einen Weg raus es ist gerade über die nächste Runde aber es gibt eine russische Garte die den Weg blockieren es gibt eine Weg zu von deiner Seite aber seid bereit wenn das Racket beginnt er regiert er wird die 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 Problem der Theorie. Ich werde schon eigentlich fehlen, aber trotzdem. Gut, schauen wir, was bringt da was? Fast, ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass es da ist, oder? Ja, was ist denn zu mir? Okay. Okay, was ist das? Ah! Okay, gut, aber wir waren auch da rein drücken müssen. Ja, passt. Ja, irgendwer war das bloß. Ah, sonst. Das war schon. Gut, jetzt warten wir ein bisschen und dann rennen wir da rauf. Ja, ich sei halt jetzt ein bisschen zu armer, aber ich glaube, das Kerl ist ja neu, wenn der Werner vorbeigeht, dann... Yo, send jetzt die Hunde, das ist immer gut, ich denke. Mengt euch ja eh nichts. Hallo? Check the bed. He has to be here somewhere. Oh nein! Verdammt, verdammt, das ist schlecht. Super Gas. Versteck uns lieber da. Nein, so machen Sie dann Gas. Super, dass ich nicht mehr weiter oben verstecken muss. Aber ich glaube, da bin ich jetzt relativ sicher, sogar behaupte ich jetzt einmal. Ja, genau, wir sind alle mal eins weiter unten, jetzt bin ich nicht mehr da oben, ja. Ja, 20 Sekunden haben wir gleich geschafft. Das geht schon, das geht schon. Das sollte nicht so ein Problem sein. Dann sagen wir gleich. Du hörst ihn, erhöht den Gas. Das ist schlecht. Ups, hamster, hamster. Was war das jetzt zum Sinn? Ja, bitte. Wenn es meine, in 8 Sekunden habe ich das, ich warte einfach schon da. Ups, was ist das? Ja, hallo da. Oh mein, na. Da tun wir nichts sagen. Hey, das ist auch fein. Und tschüss. Es ist ört. Geh raus. Danke. Jetzt gehen wir raus. Ground Level und bis zum nächsten Mal. Tschau.